Es ist der absolute Wahnsinn. Mit einer Inflationsrate von 9,3 Prozent ist für den Monat Juli die höchste Teuerungsrate seit Februar 1975 gemessen worden. Stärkste Treiber der Inflation sind nach wie vor die Treibstoffpreise. Zudem gab es spürbare Preiserhöhungen bei der Haushaltsenergie und in der Gastronomie, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekannt gab. Der wöchentliche Einkauf ist ebenfalls deutlich teurer geworden. Der Preisanstieg des Mini-Warenkorbes war im Juli mit 19,1 Prozent mehr als doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation. Wie soll das weitergehen? Wie lange will die schwarz-grüne Regierung die Österreicher finanziell noch aushungern lassen? Anstatt der Teuerung effektiv entgegenzuwirken, lautet das Motto von Nehammer, Kogler & Co offenbar mehr Sanktionen und dadurch auch mehr Teuerungen und mehr Belastungen für die Österreicher. FPÖ-Obmann Herbert Kickl weiß, was es jetzt und sofort braucht. Preisdeckel der Energiepreise, Teuerungsstopp und endlich Neuwahlen, um Österreich vom schwarz-grünen Joch zu befreien. Es reicht! Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik